Hallo Leute, unser Touchcrumb zu einer weiteren Folge von New Live! Ja, ja. Hallo Minecraft-Freunde. Und say yo, meine Freunde. Und damit ein Hey, hey, hallo Leute an meine Zuschauer. Willkommen zurück zu New Live! Genau, das musste sein. So, wir sind hier wieder. Richtig schön. Ich übernehme einfach wieder das Wort. Ist einfach mal herrlich. Wie du es immer machst. Wie ich es immer mache. Ja, ich bin an der Quasselstrippe. Ich habe ja im Livestream am Samstag mein Haus fertig gemacht. Könnt ihr mal gucken kommen? Jo, ich komme mal. Ach ja, und falls ihr jetzt so recht oben und unten so schwarze Ränder sieht und gegebenenfalls das Video mal nicht ein 60 FPS ist, sondern ein bisschen rumhakt, Das liegt daran, weil ich meinen PC neu aufgesetzt habe und noch nicht alles so richtig eingestellt ist. Oh, ich muss den Hammer holen. Shit. Nein, hör auf! Nein, nein! Oh Mann, das funktioniert nicht. Toll, ich habe so viel Schneebälle umsonst. Egal. Ist gut. Oh Mann, der Geist. Gero ist für dich ein Äpfelchen. Hä? Halle? Halle, was kannst du überhaupt? Also ich bin hier kräftig am meinen. Du bist am meinen? Ja. Ich bin, äh... Auch wieder vor mir gehen. Ey, lass mal meinen Kea-Stuhl in Ruhe. Meiner. Das ist mein Mein-Kea-Stuhl. Mein Kea. Von Mein-Kea ist der Stuhl. Mein-Kea. Ja. Ich glaube, wenn du in Kraft hast, heißt er sogar Mein-Kea-Stuhl oder so. Du spielst auf Deutsch, oder? Du spielst auf Deutsch, ne? Ja. Und wie ihr seht, Rose hat sich hier auch niedergelassen. Niedergelassen? Rose, erklär doch mal, was wir vielleicht vorhaben. Wie vielleicht vorhaben? Ja, wir wollen hier zusammen ein Häuschen bauen. Genau, wir bauen hier zusammen. Er gesagt, wird sie das Haus bauen und... Ja, ich darf das Haus bauen. Ihr seht ja selbst, was für ein Haus ist hier zusammen. Dann machen die ganz schlimme Dinge. Ja, jetzt weiß ich auch, von wem das ist. Ich habe mich in der ersten Folge gefragt, von wem dieses hässliche Häuschen da war. Jetzt weiß ich's. Ja, dankeschön. Tschuldigung. Gut, dass ich von euch ganz weit weg wohne. Dann höre ich Rose nachts nicht schreien. Oh, oh, das war eine Ansage. Komm her, Rose. Komm her. Nee, nee, nee. Warte mal, wie geht denn das eigentlich mit... Aha. Äh, Kalle, wie heißt denn diese Säge? Äh, warte, dann muss ich an ein Regal gehen. An meinen Regal, Moment. Weil ich habe die in mein Regal getan. Die heißt... Hock. Also Hack. Wie Hack, ne? Oder ein S-A-W. Ja. Hast du für mich drei Gold? Nein, ich brauche selber Gold. Für meine Gardinen. Die H-A oder was? H-A-C-K und dann S-A-W. Hack, äh, Hack-Saw oder Hack-Saw. Ach so, Hack-Saw. Ja. Es wird Nacht. Ich habe Bock auf Nacht. Du weißt ja jetzt, wie es ist. Das ist klar, aber dazu das mal lieber im echten Leben. Ja, das kommt noch. Kannst du es nicht noch aus, äh, aus anderen Material machen? Weil wir haben nur drei Gold. Ja, genau so viel brauche ich dafür. An dieser Stift wäre ich in der anderen Folge fast verreckt. Das ist das einzigste Gold. Irgendwie ist das richtig rar. Wir müssen mal gucken, wo das Gold ist. Müssen mal ein bisschen Farm gehen. Ja. Das habe ich vor. Ich mache mich gerade wieder auf den Weg, wo ich vorhin war. Aber ich umgehe dieses Vieh, was mich umbringen wollte. Ich wollte mein Haus bisschen ausrüsten. Ey, ich habe gehört, ähm, ihr wart nicht so erfreut darüber, dass ich die ganzen, äh, Bäume da gekriegt habe. Nein, gar nicht. Die Pflanzen nicht Bäume. Das geht überhaupt nicht. Ja, okay. Sie sehen wieder, äh, respawned, oder? Ach du, guck, das sehe ich, was auf der Minimap, das sieht irgendwie seltsam aus. Wir hatten mal viel mehr. Das ist ein bisschen schade, weil, wie gesagt, die Pflanzen Bäume. Das war halt richtig gut. Ja, das wusste ich nicht. Ja, mein Gott, ist ja jetzt egal. Sind da wieder ein paar wiedergekommen. Ja, ich habe welche gefunden. Aber man merkt es nicht mal, dass du nicht tötest. Auch wenn du dein MLG Water Bucket, äh, da testen wolltest und zeigen wolltest, wie gut du das kannst. Ähm. Ohne Witz, ohne Witz, wenn es ganz riskant drauf angekommen wäre, so 200 Blöcke runterfliegen oder so, hätte ich es nicht geschafft. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe auf meiner Minimap so eine Art schwarzen Hund. Ja, das ist ein Wolf. Gefahrensituationen schaffe ich MLG Water nicht, aber so nebenbei, wenn ich so, zum Beispiel so Langeweile habe, schaffe ich MLG Water. Ich habe Ends gefunden. Die laufen hier bei diesem Eisbüro rum. Ja, ich weiß. Slimes, Slimes. So, dann haben wir hier nochmal. Aber einen bräuchte ich davon wirklich noch von dem Regal. Alter, das will ich aber nicht hierhin packen. Wo packe ich denn das Regal hin? Das frage ich mich jetzt echt. Wo packe ich das Regal hin? Ich habe hier überall so Gapro Blocks. Ja, das wäre geil. Boah, der sieht doof aus. Ich bin irgendwie froh darüber, dass du wenig Mobs spawnen. Erstmal nach unten bauen. Ach, das heißt, dass du erstmal für mich oben hingehen. Das Regal hinsetzen. Was sind das? Bone-Pile. Ich finde es schade, dass wir keine Armour-Stands setzen können, weil irgendwie, ich habe gehört, das hat ein Zuschauer geschrieben, bei Armour-Stands schmiert der ganze Server ab und dann ist er weg und dann müssen wir neu aufsetzen. Ernsthaft? Oha. Das ist mies. Bitte merken. Eine Armour-Stands, okay. Es gibt doch keine... Ah doch, es gibt Armour-Stands. Es gibt zwei verschiedene Versionen. Die Frage ist halt, auf welcher Version. Das muss ich immer noch testen. Ähm. So, nur muss ich das umgehen lassen, damit wir... Weil ich würde die gerne schon irgendwie gerne, äh, benutzen eigentlich. Ja. Ja, ich kann das ja mal auf meinem lokalen Server testen nachher. Weil ich dich jetzt wundern, wie lokaler Server... Ich habe mir einen Server auf meinem PC gemacht, um Sachen zu testen. Kann man diese More Creatures-Tiere eigentlich auch irgendwie zähmen? Ja, ein bisschen gucken. Ich mache mir nämlich bald einen Tresor. Einfach mal so bei YOLO. Wurde mir geschrieben, ey, mach mal einen Tresor. Und ja, warum nicht? Ja, irgendwie gut zu wissen. Tatsächlich, hier ist Carpenter-Safe. Ja. Ne, ich habe kein Eisen. Oh, eine Höhle. Hardened. Gerade mal fünf Stück Eisen. Das restliche Eisen, was ich da gefunden habe, habe ich mir ein Chestbelt draus gemacht. Ich habe jetzt so eine, ähm, schöne Spitzhacke. Welche schöne Spitzhacke? Ähm, eine Spitzhacke ist eine schöne Säge, meine ich. Ach so, hast du die erst gefunden? Ja, zwei Stück. Check. Und ich finde, diese Säge ist absolut wichtig. Ja, das ist wirklich ein großes Intensiv, was du definitiv brauchst. Ist einfach so. Ja. Ich habe mich hier gerade straight nach unten in der Hoffnung, dass ich... Okay. Seht ihr das? Ich habe keinen Texture-Pack drin. Guck mal, wie Feinpicks liegt das. What the fuck? Ich könnte jetzt ein Steining machen. Na, ist die Frage, ob ich das machen möchte. Toilette. Was ist eigentlich dieses Zylit? Keine Ahnung, sind alles irgendwelche Steine, die du benutzen kannst für irgendwas? Keine Ahnung. Boah, diese Intens haben mich gerade so übelst erschreckt. Ich dachte, da wäre irgendein Vieh. Ey Kalle, ich habe voll die gute Idee. Erstmal irgend so ein Video von Minecraft oder so nur auf Englisch machen. Nein. Warum? Keine Ahnung, kam ich gerade irgendwie so drauf. So ein Video nur auf Englisch. Im Haus. Jeder, der was auf Deutsch sagt, muss irgend so eine Strafe machen. Jawoll. Es ist bestimmt lustig oder so, aber ich weiß nicht. Das tue ich meinen Zuschauern nicht an. Hello, I'm the methods. My English is very, very beat. Ja, ne, ist klar. Very beat, ja. Very beat. Very, very beat. Wenn er, wenn er muss ja das schon irgendwie so sagen, so, äh, so wie, ähm. Hello, my name is methods and this is my YouTube channel. Irgendwie sowas. Hello, my name, my name is methods and this is my YouTube channel. Ich hab ne bessere Idee. Hello, I'm come from Germany. And my English is very, very bad. I am the methods. Hey, warte mal. Deine YouTube URL ist ja, äh, I am the methods, ne. Hey, Kalle, so wird sich das denn nächst, denk ich mal, bei dir anhören, ne. Ja, nein, noch einmal. Deine YouTube URL ist ja, äh, I am the methods, ne. Hey, guys, this is my YouTube channel and welcome. I'm a German YouTuber and... And you, my English is very, very bad. I can't English. I can't speak English. Ich hab aber ne bessere Rede, Kalle. Hey, warte mal. Deine YouTube URL ist ja, I am the methods, ne. I am the methods. Da kann man so ne Ansage so machen. Hello, guys, I am the methods. Hi, guys, I am the methods. Malachit. Hey, ich hab Malachit, oder irgendwie so. Hey, methods, ich setz dir mal was in dein Haus, ne. Guck, hier ist Marvel. Das geht gar nicht, du hast deine Fenster richtig scheiße gesetzt. Damit würde ich gerne bauen. Äh, nein, da bin ich ja noch nicht fertig, das ist ja grad mal der Vorbau. Ach, nur das wird zu Cobblestone, warum wird das zu Cobblestone? Machst du? Ich bin hier Marvel am Klammer, aber das wird so Cobblestone, schade. Toll. Oh, warte, dann zeige ich jetzt Adrian und Rose. Äh, ich bin in der Mine. Dito. Läuft bei euch. Ja, bei uns läuft immer, Kalle, bei uns läuft immer. Ja, rück bei Sonntag ab, aber es läuft. Ich glaub, ich weiß auch, wieso ich manchmal so, äh, Frame-Einbrüche habe, das liegt daran, weil ich, äh, das Modpack, äh, das Modpack, äh, ich hab das Modpack gerade ja erst installiert und ich hab noch kein Optifine drin. Das ist automatisch drin, mal ganz egal. Ganzhaft? Ja. Rückwärts und Bergab läuft bei dir, sag ich doch. Tatsächlich, Optifine. Ich sag's doch, das läuft bei der Rückwärts und Backup. Ja, ungefähr so, ne. Alter Eisenblöcke brauche ich für den Ofen, sag mal, Leute, seid ihr denn bescheuert? Jetzt hab ich merkst, ach Gott, bin ich bescheuert. Das ist dir auch gefallen. Wir sind alle bescheuert, aber ich hab ne andere Idee, was ich jetzt mache. Und zwar... Ich brauch ganz viel Wolle. Kalle? Ja? Was ist rot und ist schlecht für die Zähne? Keine Ahnung. Ein Ziegelstein. Was? Ein Ziegelstein. Oh, der war so schlecht. Super, ey. Oh nein, du bist ein Held. Ein Ziegelstein. Alter. Ey. Oh mein Gott, ey. Was ist braun und sitzt hinter Gittern? Jetzt kommt's. Eine Knastanie. Oh, oh, oh. Alter. Oh, 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 ich kann nicht mehr. Kalle, Kalle gibt sich den übelstmüchel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin vom Schuh gefallen vor lachen. Oh, oh. Oh. Ey, Kalle, bist du Buch des Todes? Kann das sein? Und will bitte was? Was? Ich glaub, Kalle ist, Kalle ist Buch des Todes. Oh mein Gott. Buch des Todes? Das hat ein Skelettenskull. Kennst du nicht Buch des Todes? Ultratalent? Nö, keine Ahnung. Also, auf Lava will ich nicht nennen. Da war irgendeiner so dabei, der schreit so rum so, ich bin Buch des Todes und haut übels auf seiner Tastatur rum und rastet aus. Er läuft auch. Ist doch super. Genius! Ich hab Redstone. Oh Gott. Oh, gewunden. Ganz viel. Das ist nicht mal Diamantel. Warum ist Lava so hoch? Das ist Redstone. Ich glaub, wenn man bei ihm irgendwas anstellt, der will kein Schweigegeld. Der will einfach nur Redstone. Reicht die auch? Ich hab. 17 Redstone. Reichen die? Nein, zu wen. Geil! Das geht immer. Klack! 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 Geil! Was denn? Das machst du. Ich hab ein Kabinett gemacht, also so ein... Was mach ich denn hier? So ein Ding, äh... Kabinett? Das findet man hier nicht sehr viel. Nee, das ist schwierig. Das Kabinett nicht so ein Ding zum Schießen oder so? Du meinst, äh... Äh... Oh, jetzt fällt's mir nicht ein. Muskete! Machete! Muskete! Muskete! Muskete, ja. Da war was. Nee, das ist... Was ich hab jetzt so... So ein Schrank. Warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Und zwar, den mach ich... Okay, so mach ich den. Den mach ich jetzt. Ja, dazu spielen ist irgendwie ungewohnt. Und alle fünf Metern der Facke setzen muss. Weil ich muss bald... Ich muss bald... Ich muss bei mir, ähm... Weißt du nicht, wie ich's machen werde? Werde ich für, ähm... Die nächste... Für die Woche hier vorproduzieren oder nicht? Ich weiß es noch nicht, weil... Werde vom... Fünften... Nee, vom sechsten bis neunten werde ich nicht zu Hause sein. Naja, ich auch nicht. Wieso bin ich? Da kann... Da kann sich ja jeder ausmalen, wo wir sind. Dann nehm ich jetzt nämlich aktuell ein paar Folgen vorab auf. Gamescom. Ja, Gamescom. Genau. Gamescom. Oder es kann auch sein, dass bei mir ein paar Vlogs kommen werden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Damenbart. Mösenflaum. Mösenflaum. Der ist schon lange nicht schwer da, kannst du Rose fragen. Stimmt, den hast du aber jetzt woanders da hingelassen. Ohhhh. Schuldigung. Möse, das nimmt so glücklich auf. Deswegen... Lass mich raus, ey. Das kommt bald bei Rose. Oh Gott. Rose, freu dich schon mal. Schlabber, schlabber. Oh man ey. Ey, ich hab die, die hab ich grad nicht gecheckt. Guck mal, was ich noch so machen kann. Wer ist denn besser dran vorbeigelaufen? Wir sind jetzt bei fast 15 Minuten. Bei mir steht schon... Achso, nee, ich hab früher gestartet. Weil immer, wenn ich auf meine Aufnahme-Taste drücke, dann kommt bei mir irgendwelche Was ist das denn überhaupt genau? Wir haben 20 Uhr 1 Okay, super Bei Kalle muss nämlich in 10 Minuten weg, ne? Genau, ich muss meine Freunde abholen und danach gehe ich zum Kollegen Shisha rauchen, deswegen Immer der Kalle, eh Und morgen nach dem Aufstehen werde ich dann das Video hier schneiden und hochladen, sodass es um 18 Uhr rauskommt Oh nein, stimmt, wie du ich das Video schneiden? Ich habe noch gar kein Schneidprogramm und so auf dem Computer Läuft, das kannst du dann heute alles machen, deswegen, gut, dass wir heute so früh aufgenommen haben So, ich gehe jetzt mal ganz kurz los, ich hoffe, ich habe das noch in 1-2 Minuten ein paar Schafe scheren, weil ich brauche unbedingt ein bisschen Wolle Ich werde die Nacht hier eh durchmachen, aus bestimmten Gründen, wow, ich habe schon wieder Dias gefunden Echt? Mann, warum hast du mit Dias so viel Glück? Ich finde nicht mal Eisen Ich meine die ganze Zeit hier, ich finde nicht mal ein Ich finde nicht mal Eisen Eisen habe ich schon ordentlich gefunden Ja, schon wieder, unser ganzes Eisen ist weg, ne? Methos, das weißt du, ne? Eisen habe ich 17, Gold habe ich 11 Ich habe mir malachit gefunden Ich weiß ja nicht, wer unser Eisen weggenommen hat, aber wir hatten 13 Eisen, das ist komplett weg Ich habe es nicht benutzt Ich habe mir gestern fünf Stück von Max geschnurrt Oh, jetzt Schnauere ist malachit gut What, bitte was? Metos, fahr mit der Maustruhe Ah, da ist nichts dran Ja, bei mir kam da so ein Block und so ein Arztstock oder so, keine Ahnung Äh, ja, eine antike Stab, äh, Knappstange Also nice, ne? Ich habe sieben Dias Und ich habe schon wieder Gold gefunden Achso, ich wollte nur sagen, der Tempster wird sich um den Zauberstab für den Himmel kümmern Das heißt, es braucht sich keiner drum kümmern Den Zauberstab für den Himmel, was kann man damit machen? Ja, dann kannst du das Portal zum Himmel öffnen, kannst du in den Himmel gehen, so Ezzer wie ich so Ach, wie cool Loll, wie geil Immer die selben Gedanken, ne? Überall nur roter Granit, das brauche ich alles nicht Jetzt fängt es hier an zu regnen, du kriegst Krisen Was, roter Granit nimm mit? Oh, habe ich schon ein bisschen In Minecraft oder in real? In Minecraft So, ich mache mich jetzt mal auf den Rückweg, weil ich habe für diese Folge hier nur ein kleines Ziel, das ich mal schaffen will Ich habe es nämlich schon mal Kalle geschrieben, weil ich sehe hier einen Name-Tag So, hier geht es raus Hey, ne, hast du ein bisschen bei mir in der Nähe, hi Ja, ich fuddel Ich muss erstmal Eisen finden Ich habe ständig Angst, dass ich hier irgendwie runterfahre Das habe ich ohnehin schon gefunden, nämlich Redstone Ja, Redstone habe ich fast ein Stack Äh, da bin ich ein bisschen mehr Rose, kommst du mal zurück? Unwesentlich mehr, aber mehr Wo sind mein Home-Point? Da hinten, 450 Blöcke weg Rose, dann komm mal zurück, ich habe was für dich Hi, ja Ich gehe auch wieder nach Hause, denn die Folge wird nämlich langsam beendet Ja, okay, gut, ich werde mich so schnell wie möglich rausgegeben Dann nehmen wir zwar noch ein bisschen enger auf Weil du hast dann schon irgendwas vor Wir sind erst bei 16 Minuten Wow, fast gleich in die Schlucht gefallen, durch den Rest, die zu sehen Das war aber wenig Eisen Du, Jemin, ich habe fast durch den Regen nichts gesehen Bin ich ne Röstern Ich wäre beinahe in die Schlucht gefallen Beinahe Das ist mir passiert heute, als ich ähm Ich habe schon eine Folge heute aufgenommen Und das wäre mir fast passiert Ich wäre an der Schlucht fast verreckt Ich habe sie nicht gesehen, weil es geregnet hat Das ist natürlich doof dann, ne? Oder hinten ist noch ein Vieh Es hat geregnet und ich habe nicht gesehen, dass da eine Schluchtraum sind einfach weitergelaufen Was ist das für die Tier? Ah, hier ist noch mehr Eisen, das ist gut Da, ich bin in der Schlange gezogen Mach mal eben den In-Game Sound hier leiser Oh Ein Bildschwein Ich glaube, ist es ein bisschen angenehmer für eure Ohren Oh, das ist so kalt hier Nass und kalt hier Pui, pui Ach, regnet es oben? Ja Ach gut, dann muss ich wieder beim Heimweg auf die Schlucht aufpassen Ich fahre schon weg Ich muss erstmal nach Hause, um mir eine Jacke anzuziehen Aber wenn ich zu Hause bin, bleibe ich auch gleich zu Hause Das nicht Hast du gerade die Taste rauszufinden für Also ich werde es definitiv weit nach Hause haben So, ich bin zu Hause, damit verabschiede ich mich auch heute fürs Video Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben Ich bin jetzt weg, ich wünsche euch was auf Wiedergeschauen Und nächste Folge gehe ich auch mal ein bisschen farm Auf Wiedersehen